Hey Rav Camorra! Hallo! Du erfindest eine Eissorte. Wonach schmeckt die? Nach Pistazie. Welches Kleidungsstück liebst du mehr als dich selbst? Mein Rabenpulli, den ich gerade anhabe. Stell dir vor, du hörst auf mit Musik und wirst Bauer. Welches Obst würdest du anpflanzen? Oliven. Bitte? Oliven. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Rest in Peace, Rav Camorra. Welches Essen macht dich glücklich? Spaghetti alla Rabiata. Wie beleidigt meine Mutter dich am besten? Deine Mutter mich beleidigt? Ich liebe deine Musik. Welche Musik hörst du unter der Dusche? Dieselbe Musik wie auch immer. Wonach riecht dein Duschgel? Nach Schwärze. Was war bisher dein schlimmster Job? Maskottchen für Esprit. Wie begrüßt du Bones im See am Telefon? Was geht ab? Wagwan. Was darf man zu deiner Musik auf gar keinen Fall tun? Schunkeln. Wenn du an einer Schule unterrichten würdest, welches Fach wäre das dann? Biologie. Mit welchem Promi würdest du gerne mal duschen? Mit Lisa Morales. Jodeln oder Rodeln? Rodeln auf jeden Fall. Danke, Rav Camorra. Dankeschön.